Hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute, hey Leute, seht mal, was ich gekauft habe. Gekauft? Ja, ich hab 10 Dollar bei einer Vogelverjagung gemacht. Und was meinst du damit? Hör zu! Also, ich war im Café, um dort meine Schulden abzuarbeiten und ich hab einen super Job gemacht, als ich plötzlich zwei beste Freunde sehe, die von einem Eindringling belästigt werden. Du meine Güte, bitte, Terry, tu was! Da ich ein Fachmann bin, wusste ich sofort, wie ich das Problem angehen muss. Verschwinde von hier, du hässlicher Vogel, zieh Leine, Himmelsratte! Anschließend erwartete mich eine nette Überraschung. Junger Mann, du hast unseren Brunch gerettet und unser Leben. Wir möchten dir dafür danken. Terry, mach schon, gib ihm endlich sein Trinkgeld. Das ist ein Traum, 10 Dollar! Ich dachte sofort daran, ein Sparkonto zu eröffnen, aber dann hab ich das gekauft. Drück mich und wisch mir über den Bauch. Ich bin ein Fisch und singen kann ich auch. Ein Fisch, der singen kann. Das ist total lustig. Sein Name ist Barracuda. Versteht ihr? Ja, sehr schön, mein Sohn. Apropos lustig, möchtest du vielleicht mit uns Karten spielen? Ich liebe dich über alles, Barracuda. Du bist das Erste, das ich mir alleine gekauft habe. Ich werde niemals zulassen, dass dir was Schlimmes zustößt. Nun, wie es aussieht, wirst du beschäftigt. Tilly, hast du eine 4? Was hast du gesagt, Papa? Ich sagte, hast du eine 4! Sprichst du gerade mit mir? Nein, er hat mir ge- Was? Ich sagte, Tilly, hast du eine! Okay, du gehst mir reich, ich muss hier raus. Oh, ich werd ganz traurig, wenn du nicht weiter singst. Deshalb lass ich dich nicht aufhören. noch ein zwei vorsichtige schnitzer und du bist fertig mein majestätischer wir haben uns heute hier versammelt um die vermählung von phoenix und synthya hut zu feiern sollte jemand einbände erheben möge er jetzt sprechen brüder ja